Und zwar fange ich nicht am Anfang der Szene an, sondern mitten in der Szene, weil die ist eh lang genug. Und da hat er es übers Internet und dann ist Samstagabend und er will sich ein bisschen austoben. Und ja, da läuft irgendwie nichts, da gibt es keine spontane Verabredung. Und dann ist ihm was, findet er in der Zeitung, hat ihm was gesehen, ist ihm eingefallen, dass es so eine Telefon-Datingline gibt und da ruft er da an. So, das würde ich vorlesen. Dann hatte er ganz plötzlich eine andere Idee. Da war doch mal was im Tipp, das ist wohl eher was für spontan. Er sprang hastig auf und ging sich mit der einen Hand am Kopf, mit der anderen an einer Popa gekratzend quer durch das Zimmer zur Kiste mit den Zeitschriften. Ziemlich weit oben fand er den Tipp, den Katrin vor fünf Wochen mitgebracht hatte. Gleich weit hinten aufschlagend und dann durch die Rubriken Jobsuche, Kleingewerbe, Lonely Hearts und schließlich Kontakte blätternd, hatte er schnell das Kästchen mit der Werbeanzeige zwischen den privaten Kleinanzeigen entdeckt. Naja, kostet schon was, 1,49 die Minute. Also das sind noch D-Mark-Zeiten, gell? Aber scheißegal jetzt, vielleicht geht's ja schnell. Er kam sich schon ein wenig komisch vor, eine 090er-Nummer zu wählen. Ist ja kein Telefonsex, sondern ein Datingline. Nach der Begrüßung durch eine naiv verdorbene Frauenstimme vom Band wurden ihm eine Mailbox-Nummer und ein PIN-Code angesagt, die er sich wie gewünscht mitschrieb. Dann wurde er aufgefordert, mit Tastendruck auszuwählen, ob er ein Mann oder eine Frau sei. Komisch, Frauen wählen doch eine ganz andere Nummer, die nichts kostet. Und ob er einen Mann oder eine Frau suche. Als nächstes kam die Aufforderung, einen Erkennungstext zu sprechen, den die Frauen dann als ersten Eindruck von ihm hören würden. Er versuchte, einen ruhig, sonoren, aber doch charmant anzüglichen Ton zu finden, mit dem er sagte, Thomas aus Berlin, 24, hat heute Abend noch nichts vor. Das schien ihm genug auf die Absicht hinzuweisen, sich noch heute treffen zu wollen, und gleichzeitig legte er sich noch nicht fest, ob er ein One-Night-Stand suchte, oder eine Affäre, oder vielleicht auch eine Beziehung, die er zwar nicht suchte, aber das zu erwähnen schien ihm nicht sehr geschickt. Mit dem Text, der ihm zur Kontrolle noch einmal vorgespielt wurde, halbwegs zufrieden, drückte er weiter, gespannt, was ihn nun erwartete. Es erklang ein rhythmischer, auf positiv gemachter elektronischer Begrüßungssound, und die naiv verdorbene Stimmung, die ihn durch die ganze Prozedur des Anmeldens begleitet hatte, eröffnete ihm mit aufgesetzter Fröhlichkeit, Jetzt bist du im Dating-Hauptmenü. Dann fuhr sie gut gelaunt und dabei quälend langsam und ausführlich fort. Mann, das dauert ja, kostet ja alles. Von hier aus kannst du die folgenden Rubriken angehen. Möchtest du ins Karussell? Im Karussell stellen sich alle Personen kurz vor, die derzeit auf der Line sind. Du kannst dir deinen Gesprächspartner selbst aussuchen und gleich live losflirten. Von hier aus kannst du zudem Nachrichten verschicken und empfangen. So, wenn du ins Karussell möchtest, drücke die 0. Oder ziehst du vielleicht die Chatbox vor? In der Chatbox nehmen wir dir die Qual der Wahl ab und schlagen dir ruckzuck einen Gesprächspartner vor, mit dem wir dich dann sofort live verbinden können. Okay, zur Chatbox kommst du mit der 5. Hast du Lust, dir einfach mal die Kontaktanzeigen anzuhören? In diesem Fall wählst du bitte die 1. Du kannst natürlich auch selbst eine Kontaktanzeige einsprechen, beziehungsweise eine bereits vorhandene ändern oder ganz löschen. Dafür wähle bitte die 2. Möchtest du die Nachrichten in deiner Mailbox abtragen? In diesem Fall wähle bitte die 3. In unser Hilfemenü kommst du, wenn du die 8 wählst. Und mit der Taste 9 kommst du aus jeder dieser Rubriken wieder hier ins Hauptmenü zurück, worauf der Begrüßungssound erklang und der ganze Text wieder von vorne anfing. Hm, also Karussell. Dort wurde er von einer anderen, kürzeren Tonfolge empfangen. Dann erklärte die Begleiterin vom Band mit ungebrochenem Enthusiasmus, Hallo und herzlich willkommen im Karussell. Du hörst jetzt eine Auswahl von Frauen, die sich im Moment auch auf der Leim befinden. Dann setzte sie kundenlang eine mit einem kaum hörbaren Rauschen unterlegte Stille ein, aus der eine tiefe, raue, erschreckend brollig wirkende Frauenstimme in sein Ohr krüllte, Gabi, 53 aus Berlin. Und dann nach einer kurzen Pause etwas anzüglicher, Na, wer will mit mir spielen? Na, das ist mir echt so heftig, die hat die Haare auf dem Zehen. Dann knackste es, der Erkennungstext war offensichtlich zu Ende, und die Begleitstimme erklärte, Möchtest du die Person noch einmal hören, wähle die 1. Oder möchtest du eine Nachricht hinterlassen, dann wähle die 2. Um die nächste Person zu hören, wählst du die 3. Thomas drückte fast panisch die 3. Na, ihr da draußen, wer traut sich? Die Stimme war diesmal etwas jünger, hatte etwas Mädchenhaftes, aber schien trotzdem mindestens um die 20 zu sein. Was? Das war alles? Da weiß ich ja nicht mal, wo die herkommt. Wenn du die anzeige... Er drückte die 2. Du kannst jetzt eine Nachricht sprechen. Biep. Hallo, du hast ja eine nette Stimme. Bist du aus Berlin? Dann drückte er die 3. Wenn du die Nachricht sofort verschicken willst, drücke die 1. Wenn du deine Nachricht vorher noch einmal hören willst, drück... Wer drückte die 1? Schwupp. Ein sausendes Schwirren, fast wie das Geräusch eines abgeschossenen Pfeils, untermalte das Abschicken der Nachricht akustisch darauf die Ansage, Ihre Nachricht ist jetzt verschickt. Dann fing es wieder an. Na, ihr da draußen? Wer... Er drückte weiter. Mal sehen, ob sie antwortet. Eine etwas unbeholfene weibliche Stimme stammelte. Ich, 27, 165 Zentimeter, 65 Kilo, braune Haare, blaue Augen, mit einer süßen 5-jährigen Tochter, suche einen netten... Dann brach der Text ab. Willst du? Thomas drückte weiter. Nee, das ist ja so nach dem Motto, suche einen Partner fürs Leben und dann noch mit Kind. Nee, nee. Mandy, 28, nicht dick, nicht dünn, nicht groß, nicht klein, freut sich über Post von euch, säuselte eine diesmal etwas tiefere, leicht belegte, sinnliche Frauenstimme in sein Ohr mit einer Mischung aus Kühle und Abgründigkeit, die eine erotische Erwartung in ihm weckte. Thomas drückte die 2 und sagte nach dem Piep. Hey, du hast eine interessante Stimme, sehr sinnlich. Was hast du denn hier so vor? Und bist du auch aus Berlin? Wenn du die Nachricht sofort verschickst, schwupp. Mandy, Achtung, knacks. Ich bin die Melanie aus Eberswalde, ich knacks. Total trollige Stimme und dann noch von außerhalb. Frau, nicht mehr ganz jung, aber auch noch nicht alt, möchte gerne einen gepflegten Herrn ab 45 kennen, knacks. Dann eine das Kichern unterdrückende Backfischstimme. Hallo, wir sind China, 18. Und eine andere, ebenfalls pubertärkichernde. Und Chris, sie sind zehn aus Berlin. Und wir sind gespannt, was für Boys da draußen sind, knacks. Die machen sich doch nur einen Luchs. Ich glaube kaum, dass die ein Dreier oder so. Mann, ist das echt viel Schrott hier. Ich bin die Bettina aus Zwickau, knacks. Plötzlich kam aus dem Hörer ein Schellen, wie von einem altmodischen Telefonapparat. Dann die Ansage. Ring, du hast eine neue Nachricht. Und zwar von, knacks. Darauf der ihm schon bekannte Erkennungstext. Na ihr da draußen, wer traut sich, knacks. Wenn du die Nachricht hören willst, drücke die 1. Thomas drückte eilig. Was fragen die denn? Danke, du hast aber auch eine nette Stimme. Und ja, ich bin aus Berlin, knacks. Wenn du auf diese Nachricht antworten willst, drücke die 1. Wenn du direkt gleich mit dieser Person sprechen willst, drücke die 2. Vielleicht erst noch eine Nachricht. Er drückte die 1, räusperte sich und sprach nach dem Kiet wieder in seinem tiefen, charmanten Tonfall. Danke, du auch. So, du bist also auch aus Berlin. Ist ja nett. Was hast du denn heute Abend noch so vor? Wenn du die... Schwuck. Na ihr, knacks. Eine Stimme nicht mehr. Die Stimme war angenehm, aber Thomas Peblex. Was soll denn das schon wieder? Naja, Fragen kostet ja nichts. Wenn du... Piep. Aber eine nette Stimme ist die Stimme aus Berlin. Eine Stimme, knacks. Jacqueline, 1,65, 85 Kilo, knacks. Ist ja eklig. Birgit, 52, möchte gerne, knacks. Ein nettes Gespräch. Vielleicht ein Treffen. Vielleicht mehr. Wer weiß. Die Stimme klang zwar schon ein wenig älter. Auf jeden Fall über 30. Vielleicht sogar über 40. Das konnte er nicht so genau einschätzen, aber sie klang angenehm. Na, das klingt doch ganz nett. Bist du aus Berlin? Sprache für alle Fälle nach dem Glied. Schwupp. Ein nettes Knacks.